ich bin fertig mit überlegen jetzt ist zeit um etwas zu machen was ich möchte ich möchte meine skills beim zeichnen verbessern und ich habe bereits einen plan einen simplen plan und der ist nicht anders als eine zeichnung am tag auf einen zettel zu skizzieren ich weiß dass der anfang von jeder sache ist schwierig und unangenehm ist aber am ende man bereut nicht dass man es gemacht hat sondern dass man es nicht mal versucht hat natürlich wird es hindernisse für mich auch geben keine frage daher wenn was schief geht muss das akzeptiert werden und man soll es noch einmal versuchen ich fühle mich richtig mies wenn ich etwas machen möchte und ich das nicht kann also während dem zeichnen von diesem bild ich weiß bereits dass ich eine grobe skizze machen werde so dass die gestalt von kobe dieser person dargestellt wird und dann langsam die sache genauer durch die während versuche ich mich ständig mehr auf das volumen von einzelnen teilen zu konzentrieren so kann ich eventuell ein besseres verständnis von raum und gestalt gewinnen was ich als übung machen werde ist also nicht so kompliziert genau die soll mich weiter bringen ich versuche täglich zu zeichnen es kann auch sein dass nicht von jedem zeichnen ein video wird aber ich versuche von allen urgen die ich machen werde mein gedanken mit euch zu teilen und hoffentlich könnt ihr auch was davon mitnehmen sonst wünsche ich euch viel spaß beim zuschauen und zu lachen unterstützt mich mit einem abo und lasst uns zusammen wachsen und erfolgreich werden ihr könnt eure lieblings foto mir schicken und eine unprofessionelle skizze aber gratis zu erhalten bleibt dran bis zum nächsten mal eure inge tier bis zum nächsten mal